Moin Moin und Hallo! Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Single LS13. Ich hatte ja gesagt, dass ich mal so einen kleinen Hoftag einlegen möchte und damit starten wir auch. Also sprich ein bisschen Tiere versorgen, alles was so in der Zeit liegen geblieben ist, was während der Ernte, das wollen wir jetzt mal ein bisschen machen. Ich hatte ja hier Kartoffeln, aber ihr seht ja, durch Alternativ-Tipping ist mir da ein kleiner Fehler unterlaufen. Deshalb muss ich mal ein bisschen, muss ich die Armlehnen hier mal ein bisschen runter machen. So. Wollen mal Kartoffeln laden. Ist ja nicht viel. Das würde jetzt natürlich hier ein Fenster ganz gut kommen. Und wechseln wir Guttervils. Freu schaufeln. Ja komm. Gas. Oh, Kartoffeln halt. So. Bring den dann erstmal wieder zurück. Und dann wollte ich die Kartoffeln, die ich jetzt so da noch ein bisschen auf dem Anhänger habe, die haut in die Schweinemast rein. Der Rest ist ja eingebunkert. Ach, das ist ja. Ich wollte ja noch einstreuen. Misten. Da ist noch so viel zu tun. Und dann werden wir erstmal misten. Gleich. Nachdem ich die Kartoffeln geholt habe. Pöp-pöp-pöp-pöp-pöp-pöp. Da ist er. Oh, jetzt fängt er zu regnen. Seht ihr, da, deswegen, blups. Machen wir natürlich auch Licht an, nech? Und es pieselt. Das ist das perfekte Wetter für Hoftag. Oha. Guck mal hier, hier wird man nicht gleich muschelig. Ups, da müssen wir ein bisschen hart anmachen. Alles klar. Ah, warum kippst du denn das da hin? Alles klar, ok. Krieg ich schon wieder Panik. So, dann fährt man zum Hof. Den hart können wir wieder ausmachen. Oho. Alles gut. Ne? Gau zu Hause? Ja. So, ich möchte nochmal auf diesem Wege nochmal ein kurzes Statement loswerden. Und zwar nochmal Danke an alle beiden Teams, sag ich mal Teams, an die beiden Gruppen, die mir geholfen haben, auf der Map Schönhausen das Abo-Let's Play mitzumachen und mir beim Häckseln zu helfen. Muss ich sagen, vielen, vielen Dank. Oh, den kann ich ja nicht unterstellen, ne? Schalte. Auch wenn es hier durchregnet. Schalte. Sooo. Ich muss mal kurz überlegen. Ne, nehmen doch nochmal mit. Kein Druck, genau. Na? Wer bringt da... Oh, Halt! Holla. Hier ist aber Lose. B-Trag gegen Schlüder. Sooo. Ich denke mal, wir missten erstmal. Ne, Arbeitslicht. Aus. Zack. Aus. Ima aus. Ja, alles funktioniert. Gut. Ich weiß gar nicht, ob da viel Mist ist. Hm, geht. Oh, da muss ich dann halt auch machen, weil ich das sonst echt nicht sehe. Ich muss schon mal gucken, wie hoch ich muss, weil das Fenster halt fehlt. Oh, hallo. Oh. Oh. Oh, das Stück können wir noch. Oh nein, Onkel Otto. So. Mauer wegfahren hier. Ja, ja, ja. Wart man ab. Hier kommt auch noch zum Schlachter. Ich muss mal den Hänger ein bisschen anders stellen, so. Bisschen, bis es leicht anditscht. Oh. Oh, zack. Oh ja, alles gut hier. Immer noch sauber, damit ihr wieder fein liegen könnt. Ja, den hätte ich echt anders stellen müssen. Ja, ja. Wir haben ja Zeit. Ist ja Hoftag. Oh, das ist leicht anditscht. Hoftag. Ich glaube, da kann ich zwei Videos draus machen mit Hoftag. Wo wir jetzt erst mal missten. Aber das macht nichts. Das können wir gerne tun, weil in drei Tagen laut meinem PDA für die Kälber, gibt es in drei Tagen Kälber. ein bisschen Kalb. Da hat der Bulle seine Arbeit getan vor ein paar Monaten und dann ging das los. Romantik auf der Kuhweide war da. Milch habe ich auch schon zum Kälberstall gebracht, weil die Kälber brauchen ja Milch. nicht im Wasser. Aber da gucken wir gleich nochmal, weil ich denke mir der Stall müsste hier eigentlich gleich leer sein. so. 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 Ja. Ja. Wie quieck. Vorher habt ihr. Eingestrahlen werde ich euch, wenn ich hier fertig gemistet habe. Oh. Oh. Oh, voll. Oh. 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 Ja, würde mal sagen. Hallo, Licht aus. Das Heffi. Können wir eigentlich mal schnell Futter machen. Wollen. Die Kühe. Vielleicht nur den Mist. Ich muss ihn ja auf die Platte fahren. So, aktive Seite ist die 1. Das müsse dann links sein. Oh, hier Stoff. Komm. Na, Futter wird hier nicht angenommen. Ist klar. Futter wird hier nicht angenommen. So, zack. Guten Appetit. Dann haben wir unsere Seide. Na ihr seht, da steht schon alles parat hier. So, den kann ich mal wieder ausmachen. Boah, da ist noch so viel zu tun. Ja, achso ja. Lass mich mal kurz hier. Zack, da geht mal durch. Danke, Emma. Einmal rüberhüpfen. So, hier steht mein Kälberstall. Hier wird es in ein paar Tagen Kälber geben. Und zwar in... 23 Stunden kommt das erste Kalb. Fünf passen hier rein. Zack, fünf Boxen, fünf Kälber. Mal gucken, vielleicht setze ich dann ein paar neue an. Also. So, ich sag... Oh, ein Hufreis. Da liegen so viele rum. Erstmal vielen Dank. Na, ja. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird dann halt erstmal eine Zeit lang jetzt nochmal Videos geben vom Huftach, weil ich bin ja noch nicht fertig. Ich hab jetzt erstmal gerade mal gemistet. Ich muss noch eins streuen. Und... Da habt ihr ja gesehen. Es ist noch eine Menge zu tun. Das Kalb ist bald unterwegs. Ich hoffe, ich muss da nicht noch als Geburtshelfer einschreiten. Mal gucken. Ja, alles klar. Und... Dann sag ich erstmal... Bis dahin. Mock out. Wir sehen uns.